Die Bremse muss bei jeder Betriebstemperatur sicher und komfortabel abbremsen. Die Scheibenbremse erledigt das besonders gut. Deswegen ist die Scheibenbremse auch sehr weit verbreitet. Die Scheibenbremse besteht zunächst aus einer Bremsscheibe und dem Bremsbelägen. Damit das Fahrzeug sicher abbremsen kann, müssen die Belege mit einer bestimmten Kraft gegen die Bremsscheibe gedrückt werden. Sobald der Fahrer auf die Bremse tritt bzw. das Pedal betätigt, entsteht Bremskraft. Damit der Fahrer die Fahrzeugmasse nicht allein abbremsen muss, wird die Bremskraft durch den Bremskraftverstärker verstärkt. Über den Hauptbremszylinder wird die Kraft mithilfe von Bremsflüssigkeit auf den Kolben im Bremssattel übertragen. Wenn man bremst, wird die Bewegungsenergie des Fahrzeugs über die Reibung zwischen Belag und Scheibe in Wärmeenergie umgewandelt. So wird das Fahrzeug abgebremst. Die Bremsscheiben sind daher auch hohen thermischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Hierzu kommen noch die Umwelteinflüsse wie Spritzwasser, Dreck und Sand. Natürlich unterliegen die Bremsen durch die Reibung einem kontinuierlichen Verschleiß. Wenn die Verschleißgrenze der Belege erreicht ist, müssen die Bremsen erneuert werden. Dies geschieht am besten in einer Fachwerkstatt. Man unterscheidet belüftete Scheibenbremse und konventionelle unbelüftete Scheibenbremsen. An der Scheibenbremse können durch die Reibung Temperaturen von 700 Grad entstehen. Die belüftete Scheibenbremse wird in der Regel an der Vorderachse verbaut, weil hier die größte Bremskraft erzeugt werden soll. Entsprechend muss hier auch die meiste Wärme abgeführt werden. Die Reibringe der belüfteten Bremsscheibe sind über Stege, die als Rippen oder Dome ausgebildet sind, miteinander verbunden. Dadurch entsteht ein Luftsorg. Dieser saugt die Luft von Inneren der Bremsscheibe durch den Lüftungskanal nach außen. Dies verbessert die Abfuhr der Wärme und verhindert damit Bremsfading. Unter Bremsfading versteht man, dass die Bremswirkung bei Hitzeentwicklung eingeschränkt wird. Bremsfading entsteht dadurch, dass die Belege ausgasen und das Gaspolster zwischen Belag und Scheibe den Reibwert verringern.